Vor allem, Annika Geistert hält den Laden da zusammen. Ah, ist das Abseilzahler? Ost, da ist der VfL Wolfsburg als Meister hervorgegangen. Es gibt die Staffel West-Südwest, ist aber gut aufgepasst, von Freiburgs Greta Stegemann, die hat bereits zweimal in der Allianz Frauenbundes verfügen. Dementsprechend möchte er seine Mannschaft heute in Wolfsburg vor allem im Sturm eingesetzt. Aber bei zwölf Saisontoren aus 17 Spielen kann man da von keiner schlecht nehmen. Sehr, sehr körperlich robust, sehr robust, physisch gut. Kowalski bleibt aber hängen, da hat Alina Graf gut aufgepasst, von DFB-TV angeboten. Dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Nach Freiburg gekommen, beziehungsweise nach Freiburg umgezogen, um sich dort weiterzuentwickeln. Von Lea Bungeroth, die hatte keine Schwierigkeiten, die 17-Jährige. Ja, die hat schon was drauf, das merkt man. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.